Was ist eine Symphyse-Pubes-Dysfunktion? Eine Symphyse-Pubes-Dysfunktion ist eine Erkrankung, die vor allem Frauen während der Schwangerschaft und der Geburt trifft. Dieser Begriff bezieht sich auf Bewegungen, die in der Symphyse-Pubes auftreten, einem Knorpelgelenk, das sich am unteren Ende des Beckens befindet. Das Gelenk ist so flexibel, dass es sich während der Schwangerschaft und bei der Geburt bewegen kann, so dass die Geburt fortgesetzt werden kann. Wenn eine Symphyse-Pubes-Dysfunktion auftritt, ist das Ausmaß der Bewegung, die das Gelenk durchlaufen kann, übermäßig groß, was zu Schmerzen und Bewegungsstörungen führt. Die Symphyse-Pubes wird durch Bänder und Muskeln zusammengehalten und gestärkt, so dass das Gelenk während der Bewegung stabil bleibt. Eine erwachsene Frau hat einen Abstand von ungefähr 5 mm zwischen den beiden Knochen des Gelenks. Während der Schwangerschaft kann sich dieser Abstand auf 8 mm vergrößern, ohne dass Probleme auftreten. Wenn sich der Spalt auf 9 mm oder mehr erweitert, kann das Symphyse-Pubes-Gelenk instabil werden. Es wird angenommen, dass dieser Zustand als Ergebnis der Sekretion eines Hormons namens Relaxin auftritt. Unter anderem ist bekannt, dass Relaxin-Kollagen im Symphyse-Pubes-Gelenk abbaut, wodurch das Gelenk weicher wird und die Lücke zwischen den Knochen vergrößert wird. Es ist nicht genau bekannt, warum das Gelenk bei manchen Frauen überdehnt wird. Es kann sein, dass einige Frauen empfindlicher auf Relaxin reagieren oder mehr Hormon produzieren als normal. Andere Faktoren wie Bewegungsmangel oder Überanstrengung, Gewichtszunahme und schlechte Körperhaltung können ebenfalls eine Rolle bei der Entwicklung des Zustands spielen. Das häufigste Symptom bei Frauen mit einer Symphyse-Pubes-Dysfunktion sind Schmerzen im unteren Becken. Die Art der Schmerzen kann variieren, wobei Frauen brennende, stechende und schießende Schmerzen sowie anhaltende Schmerzen oder Beschwerden berichten. Die Schmerzen können vom unteren Becken bis zum Bauch, Rücken, Leiste, Darm und Oberschenkeln reichen. Infolgedessen sind Gehstörungen häufig. Frauen, die an dieser Erkrankung leiden, haben oft Schwierigkeiten, Treppen zu steigen, auf einem Bein zu stehen oder sich zu lehnen und sich aus einer sitzenden Position zu erheben. Bis zu 25% der Frauen leiden während der Schwangerschaft unter Symptomen der Pubertät. Bei den meisten Frauen verschwinden die Symptome innerhalb weniger Tage nach der Geburt, aber etwa 7% der Frauen mit dieser Erkrankung sind weiterhin betroffen. Eine Frau, die nach der Geburt weiterhin Schmerzen erleidet, hat möglicherweise Schwierigkeiten, sich um ihr Neugeborenes zu kümmern, und es besteht das Risiko einer Depression. Die Behandlung einer symphysen Pubis-Dysfunktion während der Schwangerschaft umfasst in der Regel eine Kombination aus Schmerzmitteln und Verhaltensänderungen. Medikamente wie Codein und Acetaminophen, auch Paracetamol genannt, werden in der Regel während der Schwangerschaft empfohlen. Frauen können auch mit einem Physiotherapeuten zusammenarbeiten, um ihr bei Strategien zur Vermeidung von Schmerzen und zur Verringerung des Beckenstresses zu helfen. Bei Frauen, die nach der Geburt weiterhin Schmerzen haben, wird in der Regel eine Bettruhe mit anschließender Physiotherapie und Schmerzbehandlung empfohlen. Es ist selten, dass eine Frau zur Korrektur des Problems operiert werden muss.